Digitale Ökosysteme Digitale Ökosysteme ist ein Begriff, der in der Geschäftswelt rund um Digitalisierung, rund um digitale Transformation sehr präsent ist. Viele Unternehmen wollen gerne Ökosysteme aufbauen, Ökosysteme kontrollieren oder sich zumindest Ökosysteme anschließen. Das führt zu der Frage, was ist denn eigentlich ein digitales Ökosystem? Lassen Sie uns mit ein paar Beispielen einsteigen für Ökosysteme und deren Wert. Schauen wir uns Googles Umsatz und Gewinn mit Android, dem Smartphone-Betriebssystem, an. Im Zeitraum von 2008 bis 2016 hat Google 31 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Android gemacht und 22 Milliarden US-Dollar Gewinn. Das ist spannend, das ist überraschend. Das ist erstmal eine unglaubliche Gewinnmarge, die sie an der Stelle haben. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist Android nicht eigentlich kostenlos? Das ist doch offen, frei verfügbar für jeden, ohne dafür zu zahlen. Warum macht Google denn so viel Umsatz und so eine starke Gewinnmarge mit Android? Schauen wir uns etwas anderes an. Die Standardsuche in Firefox. Viele kennen es wahrscheinlich. Firefox ist ein Browser, den man nutzen kann. Und natürlich haben Sie oft im Internet den Bedarf, nach Sachen zu suchen. Eigentlich jeder Browser hat eine Suchfunktion eingebaut. Und die Frage ist, welche Suchmaschine wird im Hintergrund genutzt, wenn man das in den Browser eintippt? Das ist standardmäßig hinterlegt. Sie können das dann in den Einstellungen ändern. Sie können Ihre bevorzugte Suchmaschine wählen. Aber was ist, wenn Sie den Browser installieren als Standardsuche hinterlegt? Da muss sich natürlich jeder Browser-Hersteller entscheiden. Und manche vermarkten das. Bei Firefox hat im Jahr 2007 Google 81 Millionen US-Dollar gezahlt, um die Standardsuche in Firefox zu sein. Im Jahr 2012 waren es dann schon 280 Millionen, die Google dafür gezahlt hat. Zwei Jahre später hat Yahoo Google dann abgelöst und 375 Millionen für diese Standardeinstellung gezahlt. Und in 2017 hat Google sich das für so ungefähr 540 Millionen US-Dollar zurückgeholt. Das sind wieder enorme Zahlen, die dahinter stehen. Enorme Werte, die dahinter stehen. Da können Sie sich zum einen fragen, warum ist es denn so wertvoll, die Standardsuche zu sein, wenn es doch jeder Nutzer, jede Nutzerin ändern kann in den Einstellungen. Aber dann können Sie sich auch fragen, wie schafft Firefox es, so etwas Einfaches wie eine Standardsuche, die man eben mit wenigen Klicks ändern kann, für so viel Geld zu verkaufen. Und da sind die natürlich nicht allein. Wenn wir uns iOS anschauen, dann gibt es Google-Suche auf iOS-Geräten, also auf Geräten von Apple mit dem iOS-Betriebssystem. In 2014 hat Google dafür eine Milliarde US-Dollar gezahlt. Im Jahr 2020, die Zahl ist nicht so ganz genau bekannt, waren so irgendwie zwischen 9 und 12 Milliarden US-Dollar, die Google gezahlt hat, um die Standardsuche auf iOS-Geräten zu sein. Warum ist Suche so wertvoll? Wenn Sie das verstehen und wenn Sie verstehen, warum man die deswegen in diesen anderen Systemen auf iOS in Firefox oder so so teuer verkaufen kann, dann haben Sie schon mal einen Teil von Ökosystemen verstanden. Aber das waren jetzt Beispiele für Ökosysteme und deren Wert. Lassen Sie uns ein bisschen zu einer Definition kommen, was man unter dem Ökosystem versteht. Hier zwei Endesprachige Definitionen. A digital ecosystem includes a platform that serves as a core in which others can build modules that are designed to extend the service possibilities of the platform. Also ein digitales Ökosystem beinhaltet irgendwie eine Plattform, die der Kern des Ganzen ist, um die herum andere Module bauen können, die dann die Service-Möglichkeiten, die Dienstleistungen der Plattform erweitern. Also es gibt auch soziale Akteure, entweder Einzelpersonen oder Firmen oder Communities, die um diese Plattform herum eben die verschiedenen Module bauen. Und die müssen irgendwie koordiniert werden, die müssen organisiert werden. Dafür gibt es dieses Regulatörige Regime, dafür gibt es diese Regeln, die gemacht werden. Und es gibt die Standards, die gesetzt werden, um diese verschiedenen unabhängigen und unterschiedlichen sozialen Akteure, die verschiedenen Firmen, die verschiedenen Entwicklerinnen und Entwickler irgendwie zu strukturieren und dazu zu bringen, dass die in diesem einen Ökosystem arbeiten und nicht aneinander vorbei arbeiten. Wie kann man sich das jetzt ein bisschen genauer vorstellen? Schauen Sie sich das Bild auf der Seite der Folie an. Ein Beispiel ist so etwas wie das iPhone in der Mitte. Das iPhone, die Hardware-Plattform, ist jetzt an der Stelle das, was ich gerade als die Plattform bezeichnet habe. Und um diese Plattform herum, um dieses technische System herum, kann man jetzt verschiedene Module bauen, um den Wert dieses technischen Systems zu erhöhen. Da haben wir einmal die Infrastruktur-Komponenten, also das Betriebssystem, zum Beispiel iOS oder dann auch die iCloud. Und dazu haben wir dann verschiedene Applications und Services, verschiedene Anwendungen und Dienstleistungen, eine E-Mail-App, eine Podcast-App, einen Browser, einen Kalender und so weiter, um überhaupt erst mal das Smartphone für Nutzerinnen und Nutzer interessant zu machen. Und dann, die Sachen sind soweit, jetzt gerade in dem Beispiel von Apple bereitgestellt. Wird es natürlich spannend, wenn Sie das jetzt noch für andere öffnen, also die Third-Party Applications und Services, die von fremden Dritten bereitgestellten Produkte, Softwareprodukte, Dienstleistungen. Und Sie sehen da jede Menge, die man sich dann über den App Store besorgen kann, seien es andere Browser, soziale Netzwerke, Cloud-Speicherdienste oder Ähnliches. Und dadurch wird das Smartphone natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer viel interessanter. Also ich meine, erst mal, als die reine Telefon-Funktionalität, dann ist es noch kein Smartphone. Wenn Sie dann anfangen mit dem Betriebssystem und den eigenen Apps von Apple, dann wird es schon ein bisschen spannender. Aber stellen Sie sich mal vor, oder das Gleiche können Sie sich natürlich auch vorstellen, wenn Sie ein anderes Handy und ein anderes Betriebssystem haben, stellen Sie sich mal vor, es gäbe den App Store und die ganzen Apps von Drittanbietern nicht, die Sie nutzen können. Dann wäre Ihr Smartphone viel uninteressanter. Und dann würden Sie aber relativ wahrscheinlich zu einem anderen Anbieter, zu einem anderen Betriebssystem wechseln, wo es diesen App Store und diese Third-Party-Apps gibt. Die erhöhen den Wert enorm aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Und das macht es dann auch wieder für denjenigen, der dieses Ökosystem kontrolliert. An der Stelle ist es derjenige, der die Plattform kontrolliert. Also in diesem Beispiel, was ich gerade beschreibe, das ist Apple. Für die macht es das so spannend, dass sie dadurch, dass sie die Kontrolle über dieses Ökosystem haben und eben die Regeln setzen, die Standards vorgeben, wie programmiert werden muss, welche Angebote erlaubt sind, welche Preise für Angebote erlaubt sind, aber auch welche Marge dann an den Kontrolleur dieses Ökosystems der Plattform geht. Das macht es eben so spannend, denn Apple oder das Gleiche gilt für Google bei Android. Für jede App, die kostenpflichtig im App Store gekauft wird, bekommt der Hersteller des Betriebssystems, der Bereitsteller des App Stores eine Marge ab. Und für alle In-App-Käufer auch. Und damit wird es dann plötzlich profitabel und richtig interessant, weil sie den Wert für die Kundinnen und Kunden gesteigert haben, dadurch, dass sie eben nicht nur es selbst machen, sondern dass sie das Ökosystem für andere geöffnet haben und weil sie in der Lage sind, das dann zu monetarisieren. Das war jetzt nochmal ein Beispiel, was diese Definition von Ökosystem, die Sie oben auf der Folie sehen, verdeutlichen sollte. Schauen wir uns noch die untere Definition an. A digital business ecosystem, also jetzt sind wir bei einem business ecosystem, nicht nur bei einem ecosystem, ist constructed when the adoption of internet-based technologies for business is on such a level that business services and the software components are supported by a pervasive software environment which shows an evolutionary and self-organizing behavior. Die Definition habe ich hier aus zwei Gründen noch mit dazu genommen im Vergleich zu der vorherigen für die digitalen Ökosysteme. Das eine ist erstmal eben mit diesem Unterschied, dass wir jetzt von einem digital business ecosystem reden, das irgendwie digital, internetbasiert, miteinander vernetzt ist. Viele verschiedene Unternehmen, viele verschiedene Dienstleistungen, die da miteinander vernetzt sind. Und da soll es so ein bisschen von diesem sehr plastischen, wir haben in der Mitte dieses Hardware-Device, das Smartphone, lösen und sagen, Ökosysteme sind mehr als nur auf Hardware-Plattformen aufbauen, sind mehr als nur Smartphones und App-Stores und so weiter. Ökosysteme sind breiter. Das ist das eine, was ich in der Definition sagen soll. Das andere, was ich daran spannend finde, ist eigentlich der letzte Teilsatz mit dem Wichos und Evolutionary and Self-Organizing Behavior, also ein evolutionäres, sich selbst organisierendes Verhalten. Das widerspricht so ein ganz klein bisschen dem, was wir oben in der Definition hatten, mit den Regeln und Standards, die gesetzt werden. Die werden auch nicht in jedem Ökosystem immer von genau einem Unternehmen gesetzt. Es kann auch sein, dass es gar kein Unternehmen gibt, was dieses Ökosystem kontrolliert oder dass es mehrere gibt und dass die Regeln sich auch mit der Zeit ein bisschen ändern und dass auch nicht alles so richtig unter Kontrolle ist. Wir sind immer noch nicht in einem Unternehmen, wo wir eine klare Hierarchie, eine klare Weisungsbefugnis haben, sondern wir sind in einem Netzwerk von rechtlich unabhängigen Akteuren, die miteinander interagieren und dabei stellt sich dann eben dieses evolutionäre, selbstorganisierende Verhalten ein. Und denken Sie mal kurz drüber nach, wo der Begriff Ökosystem eigentlich herkommt. Der kommt natürlich von Ökosystemen draußen in der Natur und auch da sehen wir eben dieses evolutionäre, selbstorganisierende Verhalten. Ein Beispiel für so ein Business-Ecosystem, Digital-Business-Ecosystem, können Sie im Bereich der Landwirtschaft finden. Wenn wir über Digital Farming reden, da haben wir ganz viele verschiedene Akteure, die da zusammenspielen. Anbieter von Maschinen, wie der Drohne, die Sie hier sehen, oder einem Traktor oder einem Mähdrescher. Da haben Sie Saatgutanbieter, Pflanzenschutzmittelherstellerinnen, Landwirtinnen und Landwirte, Großhändler, verschiedene Technologieanbieter und so. Ganz viele verschiedene Arten von Akteuren, die miteinander interagieren, um insgesamt die Wertschöpfung in der Landwirtschaft, die digitale Wertschöpfung in der Landwirtschaft voranzubringen. Landwirtschaft ist ein Beispiel. Automobilbau ist ein anderes Beispiel, in dem Sie das Ganze sehen. Schauen wir uns also digitale Ökosysteme am Beispiel des BMW Voice Assistants an. Wie Sie da lesen können, BMW setzt zukünftig darauf, seine Fahrzeuge mit einem smarten Sprachassistenten auszustatten, mit dem unter anderem das Auto bedient werden kann. BMW arbeitet dabei auf der KI-Seite, der Seite der künstlichen Intelligenz und der Voice Recognition, der Stimmerkennung, mit Microsoft Azure zusammen. Irgendjemand muss die künstliche Intelligenz entwickeln, die in der Lage ist, die Sprache zu verstehen und damit das Auto zu steuern. Das könnte BMW natürlich im Prinzip auch selber, aber Microsoft hat da schon sehr viel in die Technologie investiert, hat eine Grundlage, auf der BMW aufsetzen kann, um schneller dahin zu kommen. Deswegen hat BMW sich an der Stelle entschieden, mit Microsoft zusammenzuarbeiten und Microsoft Azure dafür zu nutzen. Für das Unternehmen ist es eine Differenzierungsmöglichkeit gegenüber anderen Premium-Herstellern, weil die Hoffnung ist, damit einen besseren Service hinzubekommen und ihn schneller an den Markt zu bekommen, als andere das könnten. Ob sich das ausgeht, müssen wir natürlich noch ein klein bisschen abwarten. Und die anderen, teilweise entwickeln sie die Sachen selbst, teilweise Partnern, die mit anderen Technologieanbietern oder teilweise auch mit Microsoft. Aber da sehen wir eine Vernetzung, eine Partnerschaft, die an der Stelle erstmal entsteht. Und jetzt ist die Frage, ist so eine Partnerschaft, eine bilaterale Partnerschaft, BMW und Microsoft schon ein Ökosystem? Wenn wir es so sehen, noch nicht. Aber wenn Sie sich überlegen, welche ganzen anderen Services man um ein Auto herum aufbaut und haben kann und auch welche Drittanbieter-Apps Sie da vielleicht installieren können oder so, dann können Sie das Bild, was ich eben hatte mit dem iPhone und allem, was sich da drumherum reinkt, eigentlich aufs Auto übertragen und das Auto als physische Plattform in die Mitte stellen. Umgekehrt können Sie das jetzt auch aus Sicht von Microsoft betrachten und überlegen, dass Microsoft Azure der Kern ist und dass Sie da viel anderes drumherum bauen. Also von daher kann man da jetzt gerade verschiedene in das Zentrum stellen und sich anschauen, wie sieht das Ökosystem da drumherum aus. Aber bleiben wir mal bei BMW. Was hat Dieter May, ehemaliger Senior Vice President Digital Products and Services von BMW dazu gesagt? Er hat gesagt, Software ist einer der größten Investitionsbereiche in unserem Unternehmen. Es geht da um Themen wie Connected Car, digitale Dienstleistung, autonomes Fahren oder so. Und dabei ist BMW ganz wichtig, dass Sie die Kundenschnittstelle beherrschen und dann Ihren Kunden Ökosysteme öffnen. Was heißt Kundenschnittstelle beherrschen an dieser Stelle? Naja, einerseits hat BMW mit dem physischen Produkt, dem Auto, natürlich schon ein Stück der Kundenschnittstelle. Sie haben das Lenkrad, Sie haben die Pedale, Sie haben den Schlüssel und so weiter. Aber überlegen Sie, was Sie im Auto machen. Es geht auch ganz viel drum, wie Sie mit dem Auto interagieren. Und das wird zunehmend Software gesteuert, Sprachgesteuert, über Touchscreens gesteuert oder so weiter sein. Es geht auch um Ihre Unterhaltung, klassisch das Radio oder vielleicht Podcasts, die Sie hören. Es geht um die Telefonie. Und wenn wir jetzt immer mehr ins autonome Fahren reinkommen, dann haben Sie hier immer mehr Zeit, die Sie nicht auf den Verkehr achten müssen, sondern die Sie etwas anderes machen können. Damit wird es immer spannender, was auf so einem Display, wie Sie es da sehen oder auch auf viel größeren Displays oder in anderen Interaktionsmodi im Auto passiert. Und wer dann eigentlich noch wirklich die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer hat. Womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie im Auto sitzen? In Zukunft wahrscheinlich immer weniger mit dem Auto selbst, sondern immer mehr mit den digitalen Inhalten und Services. Und dann ist das plötzlich die Kundenschrittstelle. Und die Frage ist, wer kontrolliert die? Und da ist natürlich aus Sicht der Automobilhersteller die große Gefahr, dass das andere sein könnten. Dass die großen IT-Konzerne ins Auto reinkommen, das Auto eigentlich nur noch das schicke, gebogene Blech ist und der Motor, der aber auch mit elektrischem Fahren zunehmend einfacher wird und teilweise nicht mehr von den großen Automobilherstellern selbst hergestellt wird. Also die Hardware wird plötzlich vielleicht an der Stelle unwichtiger. Die Software ist das, was eigentlich noch die Kundenschrittstelle ist, wo dann auch der Wert drin liegt, womit man dann kontrollieren kann, was die Kundinnen und Kunden sehen, machen, wo sie ihre Aufmerksamkeit hinlenken und was man monetarisieren kann. Und diese Kundenschrittstelle möchte BMW eben verständlicherweise behalten, statt die an IT-Unternehmen zu verlieren. Und dann weiß BMW, aber wie aus diesem Zitat rauskommt es natürlich auch, dass es schwierig ist, dem Kunden den maximalen Mehrwert zu bieten, wenn man es nur alleine macht. Deswegen ist es dann wieder eine Idee, in Ökosystemen zu denken, die Plattform, die man hat, auch für andere zu öffnen, damit damit insgesamt das Ökosystem für die Kundinnen und Kunden wertvoller wird. Und in der Hoffnung, dass man selbst mit der starken Position, die man da drin hat, weil man die Plattform kontrolliert, weil man die Kundenschrittstelle damit kontrolliert, dass man das dann gut monetarisieren kann.